Das ist ja eine ganz komische Sicht so Okay, fahr mal wie du meinst, ich sag dann nicht Warte noch kurz, Wechsel Okay, wir steigen ein Jungs? Jo Jo, danke Bitte Du bist doch privat versichert, oder? Ey, wieso kann ich nicht nur Schütze sein? Halt Andere Seite Andere Seite, andere Seite Ich darf mich das umgehauen Ja So, ich bin dann auch mal drin Sehr schön Hallo Freunde, nach meinem Schuss im Berufsbasis Wurde ein bisschen Wer auch immer das war, wenn du was dagegen gefahren hast Dumtidum Na, ich hab's gefahren Hast du was? Ich bin gefahren, ja Wohl Ja, die Kurve hier hab ich gekommen, die war ja vermehrt eng Ha 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 Wenn der Humphys vorbei ist Nein, Papa Voila Da bin ich an der Kurve hier Wenn ich eine Kurve schüttelte Was ist das? Ja klar Nene Das war's nicht Wir müssen nur dabei Wir müssen ja nach diesem komischen Park vorbei Das ist das Central Park da auch Das ist das Central Park da auch Ex-Mission Link Alpha hier Echo, habt ihr die Eko-Mission gehört? Schütze Link Positiv Wahrscheinlich Bravo SUV voraus auf der Strasse SUV voraus auf der Strasse, ja Bin grad nach rechts weg Erfrau ist ja Ja auf jeden Fall, machen wir hier noch Die Karte sind bei, wir sind vor kurzem Geil, Wi-Fi San Francisco können wir ja nicht machen, ist ja kein einziger Er ist unter der Tankstelle rausgefahren und schüttet nach Norden Wenn ihr die Karte verfolgen könnt, könnt ihr euch Eingrundrecht ablösen Aber was geht? Er ist nach Norden Ja San Francisco Er ist vorne Rechts abgebogen Ich leite euch Weiter, weiter, weiter Wenn wir jetzt nur ein Vettel wären, neidisch Jetzt rechts ab Sag mal, was machen die denn da? Oh mein Gott Sieht irgendwo jemand, wo der abgebogen ist? Wo ist der abgebogen? Eko, wo ist er hin? Also ich sehe keinen Er ist rechts auf die Karte und rechts Der riecht nicht Verdammt Ich glaub ich war für die Kühel ab Eko, leider Ja, jetzt geht's nicht mehr zur Folge, bis der ja sein Boah, da ist er! Da kommt Feuer frei! Boah, bleibt nicht stehen! Alpha, Eco, wir haben ihn! Danke! Eigentlich ist es nicht... Ich komme unsicher an! Eco, wie sieht's aus? Hatte ich noch einen feinkompakt in der Nähe von uns? Kommen! Warum kriegst du da ein Radio weg? Hohohoho Also nicht, den haben wir mit 10 auf 2 mal gezogen Nein, zurück! Schöne Leitschau! Okay Jungs, die Gegend scheinen frei! Ja, wenn die über IG kommt... Juhu! Marschman ist raus! Alpha, Echo, haben die brennt! Haben die brennt! Haben die brennt nicht! SUV brennt! HGS gekreit, das war doch der Pilot für den Echo 2! Warum wirst du so leise? Vielleicht kann eben noch draußen scheinen Achso! Alpha, Echo, wir haben jetzt 5 SUVs zerstört! Wie sieht's bei Bravo aus! Schauen die auch mal einen! Kein von Gott Funkkontakt mit Bravo! Ähm, man kann die Sonnrichtung Süden aufbrechen! Da tut gar nichts zu machen! Ja, ich kann von uns zu machen! Ich kann die Sonnrichtung Süden aufbrechen, also in den südlichen Bereich der Stadt! Aufstoßen und in den Zorn brechen! Zorn brechen? Vielleicht mal natürlich aufbrechen und in den Zorn stoßen! Folgen sie den roten Lichtern! Die sind bei mir grün! Nur wenn er brennt! Ich nehm mal jetzt Nachtsichtern! Ah, ist der Link! Haha, bollene gute Idee! Hallo! Musiker, schon mal an... ...Ansatz, und nachher in Echo, um... ...äh, fahren Echo, wir Festlichtung Süden auf! ...und wenn er nicht umgeschüttet... ...das jetzt... ...5 vor 8! Ah, schon coole Bremse! Und schon voll dunkel, ey! Wär das doch nicht nochmal später... ...dunkel? Naja, auf die Jahreszeit! In dem breiten Leibnissen haben wir die Kürze von links! Ähhhhh... Ja, da haben wir die Kürze von links! Ja, da haben wir die Kürze von links geschossen! Ja, da haben wir die Kürze von links geschossen! Ja, da können wir nicht jeden Kürzen abschießen! Haha! Ja, da haben wir die Kürze von links! Haha! Weniger Alkohol! Oder mehr Alkohol! Haha, ich hab hier klatscht! Oh ja, wir sind verlangt mit der Engel! Echt? Der Punkt! Und wir waren bei so einem gefährlichen Törn in Teil der Stadt, ja... Was hat Bravo dann gemacht? Da hab ich irgendwie gerät! Enkelpiet mit anfassen! Die sind doch quasi beim Kiosk angehalten... ...und hat die nichts mehr gemacht! Ja! Wow, Bravo! Wahrscheinlich nur mit einem... Die haben auch drei Hammys! Achtung! Drei! Drei! Wir hätten ja... Wir hätten ja drei gerne... Obwohl die das... Stopp, stopp, stopp! Äh... Ja, okay! Wir haben... Die sind zerstört bei uns! Wir sind jetzt vom Tarnas Benick! Richtung Süden! In den südlichen Teil der Stadt! Oh! Da haben sie es noch! Wir haben das dann! Da sind noch... Beide Little Birds aktiv? Nein! Einer ist noch... Oh! Nummer 2! Da wo ich ursprünglich als... Co-Pilot sein wollte! Habe ich ja noch mal Glück gehabt! Ist doch kacke als Co-Pilot! Kurz an alle! Der zweite Little Bird ist down! Wiederhole! Nur noch ein Little Bird in der Luft! Wie gesagt! Bravo 1 für Alpha 1! Das hab ich nicht gehört! Kommen! Bravo 1 für Alpha 1! Wir haben 1 SUV zerstört! Kommen! Ja ich hätt Pilot übernehmen müssen! Okay! So verstanden! Wir haben ebenfalls 5 SUVs zerstört! Das heißt! Unser Ziel ist erreicht! Kommen! Oh! Also Alpha 1! Also Alpha 1! Richtig! Alleinheiten! Rückflug zur Basis! Juhu! Rückflug zur Basis! Wie viele haben uns wieder zerstört? Einen! 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 Okay! Jo! Besser als Knie! Ja! Einer ist aber keiner! Oh! Wir nicht! So! Fiel bitte vor! Den in der Basis sein! Wahrscheinlich Basis! Und hier am Zetter der Base! Ja! Ich hab einen kaputt gemacht und wieder umgedreckt! Ja! Komm! Fahr! Komm! Ja! Wollt ihr euch jetzt einfach unten einsteigen! Geht doch noch! Warte oder mal! Guck doch mal die Vorderrena an! Hier im Frühjahr! Geh euch! Boah! Das ist aber nur ein Lowrider! Ach! Ja man! Für du Alex! Ja! Soll ich den dann noch mal sagen? Ja! 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 Vielleicht zeigt man das ja in deinem Land. Wir haben das! Trinken wir doch Eistee! Hast du schon mal Eistee mit Mango getrunken? Voll geil! Mit was? Ja! Ja! Das hab ich mit dir getrunken! Mango? Bei mir? Ja! Nee, den hab ich schon länger getrunken! Das war eigentlich von einer Limonade! Nein, das war Eistee-Mango! Ah ja, stimmt! Irgendwas anders! Ja! Gut! Nein, das ist ein Fuzzi! Ich würd gern auf den schießen! Aber ich darf nicht auf den schießen! Der hat nur gesagt, wir gehen in Eisenhower gekommen! Aber... ...wollen schießen war nicht zu wenig! Ich weiß! Aber hier ist dumm! Ich bin an den vorbeiziehen aber einfach! Ich will jetzt beim Rektiv nicht rausgehen! Ja, f***! Ja, f***! Hey, wo sind wir? Oh, ich weiß was man denn! Soll ich so richtig raus? Ja! Oh, eine sehr sprunghafte Fahrweise! Ja! Oh, höhere Fahrzeuge! Mein Mensch! Höhere, das ist eine Idee! Ja, als Kurbiloten bei AGN! Ja! Ja! Von dem hab ich alles gehört! Verstanden? Sei klar! Das erklärt von uns nicht einiges! Hey! Du bist ja selten gestaut! Okay, Alpha! An unserem alten ersten Waypoint vorne halten wir mal an! Will in den letzten Kilometern! Moment! Morgen bitte! Ja! Morgen bitte! Morgen bitte! Morgen bitte! Nimm den haben wir auch noch bitte! Ja, den f*** ich dann! Positiv! Hi! Ja, ich bin der Rektiv! Ja! Alpha ist auf dem Rückweg zur Basis! Sie haben 5S und 3S direkt korrekt! Positiv! Rektiv! Auf der falschen Seite der Straße! Ja! In Großbritannien! Ja! Das war ja wohl auch mal nichts, ne? Wieso? Ein bisschen eng, aber es geht! Ja! 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 Ja, die kommen! Oh! Oh! Ja! Wo wurde jetzt gerade mein... Ich bin gerade für mein Bildweiss Ich weiß nicht, wie ich es hier bin Who knows? Die Schmerzen oder was? Brauche ich in deinen Körper hinein? Ich glaube, du musst ja dann erstmal eine Ampulle Morphime geben, wenn wir angekommen sind Wahrscheinlich bei dem Brustcrashversack bekommen Oder bei einem von Eddons teureichen Mishaps Jetzt dürfen wir der Stadtverluta 10 Palmen bezahlen Die Edda da gemütet hat Und keinen Stopp-Schall Und die Straßen dabei hat auch gepolzt, als wir den SUV gejagt haben Knarzt, Knarzt Ja, das ist aber ein realistisches Geräusch Ja? Der Knarzt wirklich so Das glaube ich Können wir die Einfahrt treffen und brenzen? Das tun wir uns hier nichts Yeah! Damit wird das Stück aufgemacht Boxengasse 62 Meilen Kann man Okay Okay Ich kann kein Länger rufen und dann gehen wir gleich noch hin So... Ich kann kein Länger ruhen vom Kodiak weiter mit oben Ich koche kein Länger ruhen und stop